Nach 200 Metern... Ach! Ach Mist! So ein Navi ist ja gut und recht. Aber wenn das Handy die ganze Zeit am Boden fällt, dann bringt es mir auch nichts. Wenn auch du keine richtige Handyhalterung im Auto hast, dann pass jetzt auf, ich habe die Lösung für dich. Alles was du dafür brauchst, ist so ein Gummiband und ein Stift. Das Gummiband zieht man durch den oberen Schlitz der Lüftung rein. Und mit dem Stift kann man es dann durch den unteren Schlitz wieder rausziehen. So sieht das dann aus. Jetzt einfach das Handy hier durchziehen. So, das Handy hält, das Navi funktioniert und ich komme sicher ein Ziel. Sie haben Ihren Zielort erreicht.